Hallo zusammen, ich bin Corinne, ich bin bei Betty Bossi zuständig für die Markforschung für die Küchenhelfer. Und heute zeige ich euch meinen Kitchen Hack. Und zwar benutze ich als Walliserin das Rackle-Döffel nicht zum Rackle-Döffel machen, sondern am Sonntagmorgen für den Brunch. Ich lehre die drei Reihenmassen hier rein, etwa bis zu der Hälfte. Und dann ab und zu mit dem Schiff lösen. Und so schnell habe ich Miserierei auf dem Teller.